Aber wir nehmen sie trotzdem mit, weil wir einfach geile Spieler jetzt am Ende haben wollen. Ihr wisst, wer noch Weekend League spielt, ist ein Öler, das sind alle Sweater und da geht es nicht mehr um Links, da geht es einfach nur noch um, wer hat das bessere Team und wer gewinnt hier heute. Dreckig, 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 aber so ist FIFA am Ende des Jahres.